Let the future talk, ich finde es unglaublich wichtig, junge Menschen sprechen zu lassen, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft und was sie sagen ist spannend und was sie tun ist mindestens genauso spannend. Heute begrüße ich Paul, Caro und Alexander, drei junge Menschen, die super spannende Sachen machen und zwar haben sie ein Getränk in die Welt gebracht, über das wir heute sprechen werden, aber das lasse ich doch am besten euch machen. Ich möchte euch mit eurem Juice ganz herzlich begrüßen und euch gleich bitten zu erzählen mit eurer ganzen Freude und Begeisterung, was ist Juice? Juice ist ein grundfreies Jahrgangsgetränk auf Basis der Weintraube. Ich und die Caro kommen eben auch von meinem Einbaubetrieb in Kremstall, also eine gute Stunde westlich von Wien, welches wir mit Holunderblüten, wissen Sie, ob sie veredelt haben, also ein ganz natürliches, nachhaltiges Getränk, was sehr erfrischend ist und eben eine perfekte Ergänzung für all jene, die was auf den Alkohol verzichten müssen, darstellt. Genau, es ist so ein bisschen wine, but different, das ist ein bisschen unser Leitspruch auch, es ist so quasi, wenn man mal Auto fahren muss oder mal keinen Alkohol trinken will, aber trotzdem irgendwie so diese Lebensfreude, das ist ein Glas Wein, ist eine extreme Lebensfreude, das ist beisammensitzen, beisammensein, gemütliche Zeit haben und das wollen wir eben damit auch für Leute ermöglichen, die einfach mal alkoholfrei unterwegs sein wollen und trotzdem aber irgendwie eben aus dem Weinglas mit ein bisschen Zitronenmelisse, was super Erfrischendes, Nettes genießen wollen. Okay, irgendwie das klingt so, dass es schon richtig Lust auf Sommer macht, wenn ich so erfrischend und zusammensitzen höre und so die Hoffnung steigend. Gehen wir vielleicht einmal einen Schritt zurück, es schaut ja so aus, als gäbe es dieses Ding schon, also ihr habt ja schon die Flaschen und ein Glas in der Hand und so. Absolut, ja, also wir haben JUS 2019 gegründet, mit dem Jahrgang 2019 gestartet, davor haben wir eine circa zweijährige Entwicklungsphase, Ideenfindungsphase gehabt, wo wir einfach überlegt haben, was könnte dazu passen, eben mit Kombinationen bei Schü, also Weinparallele und so, was könnte man als Veredelungspartner quasi hinzufügen und dann haben wir halt sehr viel gemischt. Und der Alexander und ich haben das eben auch als Diplomarbeit gemacht in der HBLA für Wein und Obstbau in Klosterneuburg. Und ja, dann ist das nach einigen Jahren Entwicklung eben entstanden und dann haben wir das 2019 als ersten Jahrgang eben auf den Markt gebracht und inzwischen gibt es den Jahrgang 2020 und das ist eben auch am Etikett ersichtlich. Okay, ich muss mich ja jetzt auch outen, dass ich ein bisschen gelogen habe, weil ihr habt mir ja schon eine Kostprobe geschickt, das heißt, ich weiß schon, dass es dieses Team schon gibt, aber womit ich mit meiner Frage und auch der nächsten Frage hin will, ist, so wie ihr über das Ganze sprecht, klingt das so, wie wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre. Und jetzt habt ihr mir auch verraten, ihr seid so zwischen 18 und 20, das heißt, doch noch ziemlich jung. Jetzt frage ich mich so, ist das normal, dass man in dem Alter bereits sowas auf die Beine gestellt hat? Kennt ihr viele Leute, die das machen? Normal, was ist schon normal, aber... Guter Punkt. Speziell in den aktuellen Zeiten, also wir sind in der Getränkebranche sicher eines der jüngeren, wenn nicht sogar das jüngste Gründerteam sozusagen, was am Markt präsent ist, was auch im Lebensmittelhandel, also aktuell sind wir vor allem im regionalen Lebensmittelhandel erhältlich ist sozusagen. Okay. Es rührt ein bisschen daher, dass der Alexander und ich uns irgendwie überlegt haben, auch nach der Schule natürlich oder am Ende der Schule, was könnte man so als erstes Produkt kreieren, weil es ist ein bisschen Standard, dass man so als Jungwinzer oder so als Absolventen so mal seinen eigenen Wein kreiert und da irgendwas Neues macht. Und wir haben uns halt irgendwie überlegt, ja, was können wir anderes machen, weil wir halt immer so ein bisschen auf den innovativen Background achten. Und so ist das auch ein bisschen entstanden, dass wir dann halt da so ein bisschen reingeschlittert sind eigentlich, auch in die alkoholfreie Getränkebranche. Okay, da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen nachfragen. Ihr galoppiert es mir ja direkt davon, weil ihr seid schon so in eurem Thema drinnen. Was mich interessieren würde einmal noch so, wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Also seid ihr alle drei in die gleiche Schule gegangen oder geht ihr in die gleiche Schule? Oder wie ist denn so überhaupt euer Setting da im Hintergrund? Also der Paul und ich waren eben in der fünfjährigen Wein- und Obstbasschule in Kloss Neuburg, haben da letztes Jahr auch gemeinsam maturiert. Und meine Schwester ist das halbe Matura-Jahr in der Hotelfachschule. Die haben uns sozusagen als Expertin für die Gastronomiebranche dazu geholt. War letztes Jahr in Tirol, also die letzten Jahre immer wieder auf Praxis in größeren Hotels. Und da haben wir dann quasi gemeinsam an einem neuen Produkt gefreut sozusagen. Okay. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt an ein Produkt zu denken oder an ein Produkt zu feilen? Wie ist denn da dieser Schritt von, okay, ich sitze in der Schule und lerne irgendwas zu, hey, ich will ein Produkt entwickeln? Eben, das ist so ein bisschen aus diesem, ja, machen wir was, einen neuen Wein oder was können wir machen? Und da ist es eben so ein bisschen entstanden und dann sind wir wirklich einfach durch den Supermarkt gegangen und haben Komponenten gekauft und haben das einfach zusammengemischt in der Küche mit Pipette und Messzylinder und haben dann, ja, einfach geschaut. Es hat uns einfach Spaß gemacht, da ein bisschen herumzumixen. Und dann sind wir schon irgendwie immer mehr draufgekommen, ja, wäre irgendwie cool, wenn wir da so fürs Weingut oder generell ein neues Standbein aufbauen können. Und uns da als junge Generation quasi verwirklichen können und dann auch gleich zeigen können, dass man ein Produkt nachhaltig gestalten kann und das auch gut ankommen kann. Und irgendwie Regionalität da schon sehr wichtig ist dabei. Das war uns auch wichtig. Okay. Da sind jetzt schon wieder ein paar spannende Stichworte gefallen. Auf der einen Seite habt ihr so über, also wo es quasi vertreibt, gesprochen. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Aber jetzt, also ich habe so das Bild bekommen, wo ihr so mit Messbecher und Pipette oder so mal unterwegs wart. Und wie waren denn dann die nächsten Schritte? Weil jetzt gibt es das nicht nur abgefüllt in Flaschen, sondern ihr habt ja auch das völlig professionell versendet. Und ich habe auch diese Flyer dazu bekommen und so. Also ich würde mal sagen, alles tiptop professionell aufgestellt und fertig. Wie waren denn da die Schritte dorthin? Ja, das war schon sehr spannend. Also am Anfang mal die Komponenten zu finden. Was passt am besten zusammen? Was harmoniert gut? Dann über die Namenssuche. Was ist überhaupt nackenrechtlich? Was ist möglich? Bis hin quasi, wie vertreiben wir es? Da hat es in den letzten zwei, drei Jahren schon relativ viel getan, sozusagen. Wir haben es sozusagen einfach probiert, haben uns einige Experten sozusagen für Hilfe genommen. Da muss ich schon sagen, also die Unterstützung war halt wirklich sehr gut. Und auch von unseren Professoren an der Weinbauschule, also die, was uns auch bei der Diplomarbeit betreut haben und so. Oder auch unser Vater, der war da auch sehr offen. Wir haben schon sehr, sehr viel probiert sozusagen. Und dann das genommen eben, was am besten für uns gepasst hat. Okay, natürlich, das ist so Try and Error. Da geht dann was schief, dann funktioniert das, dann macht man da wieder weiter. Das ist einfach so ein bisschen erkunden. Und sehr viel von dem war natürlich im Zuge der Diplomarbeit dann auch. Also an der HBLA für Wein- und Obstbau schaltet man eben eine Abschlussdiplomarbeit, keine VWA, so wie es in der AHS üblich ist. Genau, und da ist natürlich dann sehr viel literarische Recherche einerseits und andererseits eben auch etwas umsetzen, etwas erforschen, etwas dann wirklich im Paper verfassen quasi. Also ich denke mal, umsetzen und umsetzen, das kann ja auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß passieren. Absolut, ja. Wenn ihr jetzt zwei Liter von irgendwas Trinkbarm gemacht hättet, wäre es wahrscheinlich auch eine Umsetzung gewesen. Aber ihr habt ja wirklich ein nachhaltiges Produkt jetzt in mehrerer Hinsicht des Wortes auf die Beine gestellt. Also nachhaltig auch im Sinn von, wenn ich das richtig verstehe, wird das laufend hergestellt und produziert und vertrieben und so weiter. Alexander, du hast vorher auch die Experten angesprochen, die ihr euch zur Hilfe geholt habt. Wo habt ihr die hergehabt? Wie seid ihr an die herangekommen? Die laufen wir auch nicht zu einem auf der Straße über den Weg, oder? Ja, also die wichtigste oder quasi die erste Ansprechperson war mein Vater, der war es halt hauptberuflich, Winze sozusagen, also in einer ähnlichen Kahn stetig ist. Und dann waren wir auch in Wien bei so Startup-Projekten dabei, da gibt es das Changemaker-Programm und die haben ein sehr gutes Netzwerk. Zum Beispiel jetzt in der kommenden Woche sind wir dann in Wien wieder bei einem anderen Experten, der das Alle-Need-Getränk, was relativ bekannt ist, gegründet hat. Ja, immer auf Empfehlung sozusagen, also mit vielen, vielen Leuten quasi gesprochen und da gibt es dann relativ oft super Zusammenarbeiten. Ich denke mir oder ich hoffe, dass sich ja viele andere junge Menschen auch diesen Podcast quasi anschauen, diesen Videopodcast, und auch von euch was lernen können. Darum gehen auch die Fragen so oft in die Richtung, wie habt ihr das gemacht und so, weil ihr mir vorstellen könnt, dass das für viele vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Also zum Beispiel dieses Changemaker-Programm, wie habt ihr denn von dem erfahren und kann man da so einfach hinmarschieren und teilnehmen oder wie ist denn der Weg dorthin gewesen? Das hat der Paul quasi ins Leben gerufen. Das ist sehr viel über die Schule gegangen, über Empfehlungen wirklich auch von unserer Professorin, die die Diplomarbeit angeleitet hat und dann haben wir eben uns dort beworben und der Valentin hat dann da sehr aktiv, ist auf uns zugekommen und so und da sind wir dann eben super da reingekommen und das hat uns schon sehr geholfen auf jeden Fall. Okay. Wir haben auch viel mitgenommen, vor allem auch dieses Netzwerk, was halt toll ist, was da dahinter steht einfach. Was hat euch dieses Netzwerk alles gebracht? Ja, einerseits waren das damals einfach nur Events, wie es noch möglich war. Das war natürlich super für uns, einfach Leute kennenlernen, die auch aus der Branche sind oder aus der Lebensmittelbranche sind oder Kontakte, seien es Kontakte zu Medien und so weiter. Kontakt zu dir, zum Beispiel einfach so, wirklich so Medienkontakte und so, das ist natürlich irrsinnig wertvoll und dann natürlich auch der Austausch mit anderen jungen Leuten, die alle sehr ähnlich ticken, weil es halt im Endeffekt dort immer darum geht, irgendwie eine Idee umzusetzen und dabei Hilfe zu bekommen und ein bisschen angeleitet zu werden. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, wenn man ideenreich ist, dass man dort Hilfe bekommt, das umzusetzen. Mhm. Okay. Ihr habt es auch schon angesprochen, dass es euch wichtig war, dass das nachhaltig und regional ist. Was waren denn da eure Überlegungen, eure Beweggründe? Warum ist euch das wichtig? Ja, definitiv, dass das nachhaltig ist aufgrund der veränderten Situation, dem Klimawandel und so. Und ich glaube generell, junge Leute interessieren sich auch viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sind zum Beispiel all unsere Zulaten im Umkreis von 50 Kilometer, wenn nicht, weiß nicht, 10 Kilometer vom Haus eigentlich entfernt, die Weingärten, die Holunde, Sträucher, haben wir alles in unserer Nähe und ernten wir selber. Das passiert eigentlich alles in einer Hand und das war uns auch sehr wichtig. Ja. Und weil ihr jetzt dieses Umfeld angesprochen habt, gehört das alles quasi zu euch dazu? Oder sind da jetzt auch die Nachbarn in irgendeiner Weise involviert in das Projekt, weil sie sagen, wir liefern quasi die Kräuterzutaten oder so? Ja, da haben wir das Glück, dass eben durch das elterliche Weingut der beiden, dass wir da wirklich eine super Basis haben, wo wir uns wirklich den Vachy ernten können in Weingärten und eben Holundersträucher gibt es zuhauf in Krems mit super Qualität. Und ja, da haben wir einfach echt ein tolles Umfeld. Ja, da habe ich jetzt vielleicht die Frage noch nicht präzise genug gestellt. Also was mich interessieren würde, ist, ob das auch regional einen Effekt auf andere hat. Also die Holundersträucher, sind die auch im Weingarten oder im Weingut von den Türks? Oder kommen die von jemand anderem im Umkreis? Nein, das ist schon im elterlichen Weingut. Okay. Nur bei der Zitronenmelisse, also da haben wir quasi einen Bauern aus der Umgebung, der was uns da weiterhebt. Also da haben wir noch zu wenig Anbaufläche. Und inzwischen bauen wir auch selber an, schauen wir mal, ob es was wird. Ja, ich denke mal, auf der einen Seite bringt es irgendwie Unabhängigkeit, wenn man möglichst viel selber machen kann. Auf der anderen Seite, finde ich das auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit immer eine spannende Frage, bringt es dem Umfeld quasi auch Wert, wie vielleicht vorher nicht da war. Ja, das ist natürlich das Ziel auf jeden Fall. Aber wir sind halt noch relativ am Start, wir sind quasi im zweiten Jahr. Bei den aktuellen Mengen, was wir benötigen, geht sich das ganz gut. Nur von der eigenen Frage aus. Ich habe so den Eindruck bekommen, dass Caro dein Thema speziell auch die Nachhaltigkeit ist und so. Gibt es da jetzt andere Aspekte auch noch, wo ihr auf die Nachhaltigkeit geschaut habt? Also ich weiß nicht, die eingesetzten Materialien, Verpackungen oder irgend sowas? Wir haben es in der Glasflasche anstatt Plastik, da haben wir schon mal drauf geschaut. Des Weiteren versuchen wir halt so gut wie möglich alles plastikfrei zu verpacken. Manchmal geht es nicht, ist uns allen klar. Aber wir schauen, dass wir in die richtige Richtung gehen und sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Das Tolle an Glas ist einfach, dass es zu 100% recycelbar ist und dass man es einfach in den Glaskontainer entsorgen kann und dann wird es wiederverwendet. Natürlich gibt es auch den Weg, mehr Weg zu gehen. Das ist allerdings für uns aktuell leider nicht möglich, weil es einfach vor der, wir kriegen nicht genug zurück an Flaschen. Das heißt, vor der Logistik her ist es für uns aktuell nicht möglich, weil sobald man im Lebensmitteleinzelhandel sehr viel unterwegs ist, da besteht die Logistik des Pfandsystems natürlich. Aber wir haben einfach sehr viel Privatkunden, Gastronomie und so und da ist die Rücklaufquote nicht hoch genug. Schauen wir, was sich da in Zukunft noch ändert mit generellem Pfandsystem und so weiter, dann ist das auf jeden Fall spannend. Okay. Erzählst du noch ein bisschen über den Vertrieb von eurem Juice? Wir sind, also der größte Teil geht auf jeden Fall in die Gastronomie. Da ist die aktuelle Situation natürlich nicht so einfach. Also wir freuen uns schon wieder auf die erneute Eröffnung der Gastronomie, also dass wir einen erfolgreichen Sommer wieder haben werden. Das tut jetzt schon langsam ein bisschen weh quasi. Da leiden eh einige andere Personen natürlich auch. Das wird jetzt schon langsam ein bisschen zart sozusagen. Aber wir haben es jetzt auch geschafft, dass wir eben im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel am Jakover Markt gelistet sind. und natürlich auch über einen Webshop. Das funktioniert auch und super. Falls dieser Podcast jetzt unglaublich viele Leute neugierig machen sollten, die sagen, ich will das jetzt unbedingt kosten, die können es über den Webshop stellen auch. Versandfrei. Versand. Wow. Oder versandkostenfrei nehme ich an. Genau, ja. Oder wird es schon gebeamt, der versendet sich nicht mehr beamt. Versandkostenfrei natürlich. Und wie habt ihr denn diese Vertriebspartner gefunden oder aufgebaut? Ist das über die Gastronomie-Expertin Caro gekommen oder wie? Also ich würde sagen, wir haben auch eine große Unterstützung von unserem Vater, der wir mit dem Weingut schon in vielen guten Hotels und Häusern unseren Wein vertreten haben. haben wir jetzt vielleicht auch leichter oder gleich eine Ansprechperson, an wen wir uns gewendet haben, dann auch das Juice dort hineinzubringen. Aber es ist einfach wichtig gewesen, viel das ganze Netzwerk mit den Leuten zu reden, auch die zuzugehen und viele waren dann auch bereit natürlich, uns jungen Menschen eine Chance zu geben. Also man muss halt viel unterwegs sein, so einige Gastronomen. Aber mal hingehen, kurz das Produkt, um quasi vorstellen, ein paar Kostrom da zu lassen und dann natürlich auch ein zweites Mal hingehen oder noch telefonieren und so. Also da muss man schon dranbleiben. Also es ist nicht das einzige Getränk am Markt sozusagen. Aber quasi mit unserer Alleinstellungsmerkmale, die halt perfekt quasi vorzustellen, ist es uns eigentlich sehr gut gelungen, dass man schon ein sehr großes Vertriebsnetspektrum hat. Also ein sehr großes, also stark stadtregionales Vertriebsnetspektrum aufgebaut hat. Könnt ihr eure Alleinstellungsmerkmale vielleicht noch einmal zusammenfassen? Ja, also das größte Alleinstellungsmerkmale ist sicher der Jahrgang. Also wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit einem Jahrenetikett, was eben aufgrund von Vachy gegeben ist, dem was wir noch einmal im Jahr ernten können. Also Vachy ist der Satz von den grünen Trauben, dem was wir schon Anfang August mit einigen Freunden geerntet haben. Zusätzlich sind es quasi nur die reinen Komponenten, welche durch Hochkurzzeit der Hitzung quasi stabilisiert werden. Also es kommt kein einziges Konservierungsmittel sozusagen ins Getränk hinzu. Es ist ein ganz natürliches Erfrischungsgetränk sozusagen. Und sicher auch dieser nachhaltige Aspekt, der dabei ist, den wir einfach sehr wichtig finden, weil wir auch sehr überzeugt davon sind, dass regionale Lebensmittel, seien es vor allem Bauernhof oder sonst was, einfach die Wertschätzung dieser Lebensmittel sehr stark steigert und eine Zukunft extrem wichtig ist. Ja, das ist sicher auch etwas, was wir, Schuss ist ja auch vegan und so, und das wollen wir damit auch einfach ein bisschen zeigen, ein bisschen unterstreichen. Wie soll es denn in der Zukunft weitergehen? Also soweit das derzeit überhaupt planbar ist und so, aber habt ihr schon Ausbaupläne, Expansionspläne? Den Markt weiter expandieren, in mehr Hotels, mehr Gastronomiebetriebe mit den Jews vertreten zu sein und auch wieder in mehr Einzelhändler. Wir sind ja dabei nur im Regional. Aber da immer auf einer sehr hochwertigen Ebene, die halt auch zeigt, dass das eben ein Lebensmittel mit Wertschätzung ist und was dahinter steckt und nicht einfach in irgendeinem Supermarktregal zu stehen, weil da gibt es eben, wie der Alex auch schon gesagt hat, sehr viel Angebot und da wollen wir uns schon ein bisschen abheben dürfen. Wo würdet ihr es gerne stehen sehen in Zukunft mal? Ja, zum Beispiel so ein Young and Urban Programm oder sowas, da können wir uns gut vorstellen. Oder in hochwertigen Bäckereien, spezielle Lebensmittel, Einzelhändler und so weiter. So in die Richtung. Und einfach stärker in die Gastronomie einfach fahren. Alex, ich glaube, du wolltest was sagen, oder? Ja, immer kontinuierliche Stärkung der Marke, unsere Idee quasi sozusagen. Das geht natürlich nicht von heute und morgen, dass wir das auch über Social Media und diverse Kanäle sozusagen noch einen breiteren Teampublikum quasi gleich vermachen. Flächendeckende Listungen in Niederösterreich und Wien war schon quasi so ein Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre. Das wäre natürlich schon ganz cool, wenn uns das gelingt. Okay. Und inhaltliche Ziele sind einfach auch, dass man ein bisschen noch mehr in Richtung Social Impact geht, dass man, also da wissen wir noch nicht genau, inwiefern das ausschauen könnte, aber da haben wir so einige Ideen, wie man halt einfach nur das Produkt quasi auch für andere einen positiven, noch positiveren Impact schaffen könnte. und irgendwie, ja, da nur ein paar coole Sachen machen könnte. Und eine neue Sorte ist auch angedacht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Aber jetzt hast du mich auch ein bisschen gefangen. Also ihr überlegt es auch so in Richtung Social Enterprise zu gehen, oder wie? Ja, genau, also dass man einfach irgendeine Pro-Flasche für irgendwen einen positiven Impact schafft. Sei es in einem Drittland oder so eine Speise für ein Kind oder irgendwie in so eine Richtung. Okay. Du hast ja gesagt, es gibt schon so ein paar Ideen. Könnt ihr, wollt ihr da schon drüber sprechen? Oder ist das noch zu unausgegoren oder zu geheim? Das ist noch ein bisschen zu unausgegoren, glaube ich, dass das, ja. Aber eben so grob in diese Richtung, dass man irgendwie, ja, in einem Drittland was macht oder auch in Österreich, wie auch immer, das ist noch nicht so ganz fix. Und da kommt ja dann vielleicht eh der nächste Changemaker-Workshop daher oder so, wo ihr an dem arbeiten könnt. Richtig. Okay, ja. Und dann die nächste Variante, Geschmacksrichtung, oder was war das? Was gibt es da für Pläne? Joes Rosé ist geplant. Also wir machen das ja mit den ganz normalen grünen Trauben und dann natürlich auch mit roten Trauben herstellen. Und der hat dann so eine leichte Rosé-Farbe. Was ja auch noch beim Testen der zusätzlichen Komponenten mit was zu so am besten harmonieren. Wir wollen halt, dass das einen sehr anderen Geschmackston wieder abgibt und eben auch was sehr Spezielles wieder ist. Und genau, dass das wieder sich komplett abhebt, aber trotzdem eben mit dieser Truce-Familie ein bisschen was zu tun hat. So wie ihr euren Werdegang auch beschrieben habt, ich finde das wirklich toll und auch sehr ermutigend für andere, weil da so viel von eurer Begeisterung durchkommt und auch von viel Leichtigkeit. Jetzt möchte ich noch ein bisschen fragen. Du, Paul, hast ja vorher angesprochen, dass da auch viel Trial and Error dabei war. Ja, wie seid ihr in diesen Situationen umgegangen? Also wenn man so merkt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Was hat euch da weitergeholfen? Definitiv. Also gerade so in der Vertriebsebene und so ist es natürlich nicht immer leicht. Vor allem, wenn man halt so als komplett neues Produkt auf den alkoholfreien Markt kommt, gibt es viel Angebot. Es ist immer eine sehr starke preisliche Frage dahinter. Wie kann man noch billiger, billiger, billiger werden? Und da wollen wir auch nicht extrem viel mitspielen in die Richtung. Weil wir einfach diese Wertschätzung, die das Produkt einfach auch kostet, auch halten wollen. Und da war es natürlich dann einfach immer wieder das Absagenkommen. Das ist ganz normal natürlich auch im Vertrieb. Das ist absolut klar. Und da hilft natürlich extrem, wenn man zum Beispiel zu dritt ist, dass man sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig wieder pusht und gegenseitig einfach Gas geben kann und persönlich einfach motiviert. Das hilft extrem. Also wenn man es alleine machen würde, glaube ich, wäre es eine schwierige Geschichte. Also dieses Gehensinnermutigen ist sehr wichtig. Ja, das Team, also das ist schon super. Wenn das floriert, wenn man da super zusammenarbeiten kann, das ist schon sehr wichtig. Und wenn man dann halt zum Beispiel in der Kronenzeitung, wenn dann dein Produkt quasi auf einer halben Seite wieder vorgestellt wird, oder letztens, wenn man im Profil als Getränkempfehler um der Woche vom Adi Schmidt empfohlen, das motiviert dann quasi schon. Und was auf jeden Fall die größte Motivation ist, ist einfach, wenn dir dann die Leute sagen, na, das schmeckt so gut, ich genieße das jeden Abend und das taugt mir einfach und das schmeckt mir total und wir sitzen mit dem Zahn und diese Idee einfach, wenn man sieht, dass diese Idee, die man sich überlegt hat und die Umsetzung sich gelohnt hat und die Leute einfach eine schönere Zeit dadurch haben und eine glückliche Zeit haben, das ist extrem motivierend für mich. Das ist echt schön. Das heißt, die positiven Rückmeldungen werden dann auch immer weiter am Weg. Definitiv, ja. Okay. Weil ihr gerade angesprochen habt, das Team, wie das hilft und so, habt ihr eigentlich auch so Aufgabenverteilung, die, wo irgendwie jeder besondere Stärken hat, die er oder sie da einbringen kann. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder seine Stärken da auch ganz auslebt. Der Paul zum Beispiel hatte ich schon angesprochen, er fotografiert sehr gerne und ist auch für die ganzen Gespräche und so sehr offen. Der Alex macht eh hauptsächlich Vertrieb und ist unser Jungwinzer. Produktion, Zeit und Zeit. Ja, genau. Der kennt sich da perfekt aus. Und ich schaue ein bisschen Social Media und so, dass da alles passt. Und im Vertrieb, da sind wir halt meistens dann zu dritt oder zu zweit unterwegs. Genau. Das machen wir dann meistens gemeinsam. Und wir unterstützen uns auch alle in allen Tätlichkeiten. Also wenn wer wo Hilfe braucht, dann sind wir auch für den anderen da und machen das gerne gemeinsam auch. Muss man es ein bisschen aufteilen, weil sonst steigt man sich nur gegenseitig in den Bereichen auf den Füßen herum. Und ich glaube, das ist so viel produktiver, wenn man ein bisschen, natürlich, es hängt vor allem in so einem extrem klein strukturierten, ich sage jetzt mal Unternehmen oder Projekt, hängt sehr viel einfach an jeder Person und an dieser Zusammenarbeit, die sich daraus ergibt. Das ist schon ganz klar. Also jeder macht natürlich alles. Das ist eh klar. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, viel zu lernen. Absolut, ja. Wenn man am Anfang alles macht und sich in allen Bereichen auskennt und so und dann, wenn es weckt, vielleicht auch ein bisschen mehr spezialisieren kann. Absolut, ja. Wollt ihr vielleicht auch ein bisschen was sagen, damit man so größenordnungsmäßig eine Vorstellung bekommt, also zum Beispiel, wie viel von eurem Getränk habt ihr schon verkauft in diesen zwei Jahren oder irgend sowas, damit man sich die Dimensionen vorstellt? Also wir haben heuer vom Jahrgang 2020 40.000 Flaschen produziert. 40.000? Und haben jetzt circa die Hälfte verkauft. Und der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass das eng wird, dass wir bald ausverkauft dann sind. Schauen wir mal. Und letztes Jahr waren es 26.000, so für den Start. Krass, das klingt schon ziemlich beachtlich. Ja, im Getränkemarkt ist es noch klein, aber wir wachsen, sagen wir mal so. Darum habe ich auch gemeint, so bei den Schulprojekten, quasi Umsetzung und Umsetzung ist nicht das Gleiche. Also es hätte auch sein können, dass jetzt, wir haben zehn Flaschen gemacht oder so. Ja, das ist... Das ist schon so ein richtiges Business bei euch, ne? Ja, also wir schauen, dass wir es eben vergrößern können und dadurch eben auch mehr Möglichkeiten wiederum haben können. Ja. Schauen wir mal, was die nächste Zeit bringt. Vielleicht auch noch so, Frage am Rande. Also wir beiden, ihr habt letztes Jahr die Matura gemacht und Caro, du bist teuer dran. Genau, ich bin auch dabei. Du bist, das heißt, du gehst noch in die Schule, wenn man... Oder sitzt zu Hause vor mir Distance Learning oder so und ihr beiden anderen, macht sie jetzt quasi hauptberuflich, Schuss oder was tut ihr? Wir sind jetzt beide beim Roten Kreuz gerade. Also wir absolvieren jetzt im Zivildienst. Ich habe schon im Juli gestartet. Der Wahl hat jetzt erst im Jänner gestartet. Wir machen sozusagen das als Hobby mit aktuell. Also hauptberuflich noch nicht. Ja, also ich meine, dass wir es quasi noch nicht hauptberuflich machen, aber natürlich ein paar Stunden in der Woche sind es auf jeden Fall so. Es steckt schon gewisse zeitliche Aufwand dahinter, aber es macht sehr viel Spaß. Also speziell jetzt in der Amtungsphase, weil man halt wirklich jeden Tag was weiterbringen kann. Natürlich sind öfters auch Hubschläge dabei. Aber es ist ein cooles Learning by Doing Projekt sozusagen. Wir sind nebenbei auch mit dem Weingut unterwegs, vor allem im Marketing. Alexander als Jungwinzer, ich als Fotograf, Marketing, Schichtel, Social Media und so. genau, das ist auch nur so. Jetzt kommt es heraus, das ist dann immer der Punkt, das machen wir auch noch und das machen wir auch noch. Wahnsinn, ja, also so wie viele Stunden hat der neuer Tag? Das heißt, wenn ihr das richtig Papatürk hilft euch ein bisschen und stellt euch quasi auch Infrastruktur zur Verfügung und ihr helft aber alle auch Papatürk bei seinem Weingut, oder? Ja, selbstverständlich. So funktioniert das, ja. Sozusagen, der große, also die Weine sind sozusagen aktuell halt auch für den Start war das schon sehr wichtig, quasi so im Hintergrund der Weimarbetrieb, sozusagen die Kontakte fürs Vertriebsnetzwerk und so. hat uns am Anfang schon für den Start schon Wanderboden. Es hat nicht geschadet, ne? Genau. Und es hat das Ganze erst möglich gemacht, weil natürlich die Finanzierung von so einem Projekt nicht ganz einfach ist. Es sind ja doch nicht ganz kleine Summen, von denen man da spricht und das war also absolut super, dass wir diese Möglichkeit haben, das darüber, über das Weingut eben zu finanzieren. Jetzt denke ich mal, solche Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder. Dennoch gibt es wahrscheinlich Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ihr anderen auch weitergeben könnt. Also was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ihr seid zwar zumindest aus meiner Sicht noch sehr, sehr jung, aber im Vergleich zu Leuten, die ein paar Jahre hinter euch sind, die jetzt, ich weiß nicht, so zwei Jahre vor Schulabschluss sind oder so, seid ihr ja jetzt schon Vorbilder, die Erfahrungen gesammelt haben, die schon erfolgreich was auf die Beine gestellt haben. Was könnt ihr diesen Menschen denn mitgeben? Auf was soll man achten? Wie soll man sich ausrichten? Um auch was verrichten zu können? Ich glaube, ganz wichtig, wurscht was man macht, wurscht in welchem Bereich man ist, ist, dass man dran bleibt und das ist ganz sicher nicht immer einfach, das haben wir auch gemerkt. Das ist einfach, wenn es Rückschläge gibt, dann fehlt es an Motivation und so weiter und dann ist es aber wichtig, dass man dran bleibt und das ermöglicht eigentlich fast alles. Das sagt man immer so zuerst. Ja, es ist wichtig, dass man dran bleibt, dann ist irgendwie alles möglich. Das ist meistens so ein Fluss, aber es stimmt eigentlich einfach. Das muss man sagen und das ist auch so ein bisschen Erfahrung, was ich dadurch gesammelt habe, dass das wirklich wichtig ist. Das bringt mich noch einmal zu dieser Trial-and-Error-Frage. Wenn es Error gibt, dann muss man ja irgendwann auch an den Punkt kommen, zu sagen, okay, da geht es nicht weiter. Absolut. Aber trotzdem dranbleiben, wo ist denn da die Grenze zwischen dranbleiben und einsehen, es war irgendwas, es war der falsche Weg? Ich glaube, das muss man sehr schnell sehen. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, das zu erkennen. Wenn was nicht funktioniert, dann geht man einen anderen Weg. Das ist so ein bisschen die Abzweigung, in die man nehmen muss und die muss man richtig nehmen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und da ist ganz sicher Hilfe von Leuten, die das einfach schon, die Erfahrungen schon gemacht haben und so, eben was der Alex gesagt hat, diese Experten, die wir uns auch ein bisschen dazugeholt haben, durch das, dass wir so jung sind, auch super dazuholen können. Die helfen da einfach enorm, weil die haben viele Erfahrungen schon gesammelt und wenn man Fehler vermeiden will, dann hilft das sehr stark. Habt ihr da vielleicht auch ein konkretes Beispiel für so eine Situation, wo ihr eben schnell entscheiden musstet, okay, das so vielleicht nicht, aber anders? Also zum Beispiel jetzt bei der Etikettengestaltung. Der Paul ist agravisch sehr begabt, hat da relativ schnell einen Entwurf gehabt, aber uns war relativ schnell klar, dass der Bild der Pippe, dass dieser Bild zu langweilig ist und da haben wir dann relativ rasch gemeinsam entschieden, dass wir da halt Unterstützung von einem Profi brauchen, der was das schon öfters gemacht hat und der was uns da halt weiter helfen kann, wie wir das halt gestalten, sodass das auch völlig ist, sodass das sehr, sehr ansprechend ist für die Prozesse. Genau, das ist eigentlich ein super Beispiel. Oder in der Namensfindung. Da ist es echt schwierig für ein Produkt einen Namen zu finden, der einprägsam ist, der gut klingt, der irgendwie im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt und trotzdem nicht geschützt ist, diesen Namen rechtlich und so weiter. Also das ist echt eine Herausforderung und da dann sich auf einen Namen zu einigen und nicht in die falsche Richtung zu rennen und verschiedenste Geschichten zu beachten, wie ist der in der Google-Suche und so weiter, das ist nicht ganz einfach und da muss man einfach erkennen, jetzt sind wir minimal falsch abgebogen, jetzt biegen wir wieder zurück und dann sind wir wieder auf der Hauptstraße. Bleiben wir doch noch kurz auf diesem Punkt, weil ich denke, das könnte für viele junge Gründer vielleicht auch interessant sein und Gründerinnen genauso, also so das Etikett oder der Name, Dinge, die schon sehr in die wirkliche Produktgestaltung und so weiter gehen, was hat denn da den Unterschied gemacht, also wie ist das gelaufen, was haben euch da die Experten geraten oder welche Fragen haben die gestellt, was haben die gesagt, worauf ihr achten müsst, so quasi was ist der richtige und was ist der falsche Weg und warum, könnt ihr da auch was dazu sagen? Also beim Namen ist extrem wichtig, wie der klingt eben, wie einprägsam der ist, diese Punkte, die ich gerade gesagt habe und das, das muss man unbedingt beachten, ansonsten, wenn man irgendwie einen Namen verwendet, der sofort wieder vergessen wird, bei uns ist ja die Herkunft von Juice, kommt vom englischen Saft, Juice eben und Varjue, eben die, eine der wichtigsten Komponenten, genau dann, wenn man das alles beachtet, beim Namen, dann merken sich die Leute das auch und beim Design ist es ganz einfach Wiedererkennbarkeit, was sicher den wichtigsten Part spielt, also einfach durch das, dass wir so ein bisschen die Komponenten auf dem Etikett abgebildet haben mit dieser Silberprägung, die Holunderblüten mit den Bubbles, so ein bisschen die Trauben, aber auch dieses Sprudelnde, ja, sind wir einfach wiedererkennbar und in einem Regal, in einem Supermarktregal oder in einem Restaurant sehen es die Leute und wissen sofort, aha, das sind die Jungen aus dem Kremsteil, die haben das Jahrgangs Getränktschuss kreiert, das ist so die Message, die bleiben muss. Es darf auch gar nicht zu kompliziert sein, also besser ist es meistens, wenn man es relativ schlicht und einfach so zusammen haltet. Und haben diese Dinge, so das Design, die Gestaltung, hat das auch was zu tun gehabt mit eurer Zielgruppe, mit den Leuten, die ihr euch wünscht oder die erfahrungsgemäß euer Getränk mögen? Definitiv, ja. Wobei natürlich bei einem Getränk die Zielgruppe oft sehr weit gefächert ist, weil es gibt ja jetzt nicht den typischen Konsumenten, der Tschüss jetzt nicht trinken darf. Aber natürlich sind wir vor allem auch für ein junges Publikum, urbanes Publikum, die so Sachen auch unterstützen wollen, das sind sicher wichtige Konsumenten für uns, aber auch irgendwie ja, einfach Leute, die mitten im Leben stehen und gerne eine coole Weinalternative genießen wollen und was Neues ausprobieren wollen. Und wir haben auch schon Senioren gehabt, die das total gefeiert haben, weil es einfach gut schmeckt und die das total genossen haben zum Beispiel. Also es hat es beeinflusst, aber es ist nicht der wichtigste Aspekt für mich. Was mich jetzt noch interessieren würde, was macht euch den Mut? Sicherlich die Unterstützung eben von Personen, die was viel mehr erfahren, dass wir schon haben, die Offenheit sozusagen, dass die uns auch deren Erfahrungen weitergeben möchten. also das war schon ein wichtiger Punkt quasi die Unterstützung von einigen erfahreneren Persönlichkeiten sozusagen. und wie der Paul auch schon sagt, das Feedback von den Kunden, das macht glaube ich auch sehr viel Mut. Absolut. Und motiviert natürlich auch gleichzeitig. Okay, wenn die dann sagen, schmeckt super, ist total fein, dann macht das Mut. und Paul, was macht dir Mut? Ja, eh das, was die Caro auch schon gesagt hat, also das finde ich extrem wichtig, wenn man positives Feedback kriegt und das nicht nur so dahergeredet ist, sondern das wirklich von Herzen kommt und man das auch sieht, dass die Leute das einfach ganz regelmäßig trinken und das ihnen schmeckt, dann ist das ein super Gefühl und macht das Freude. Oder auch einfach, wenn wir beisammensitzen und irgendwie an neuen Nuancen fallen oder so und dann wieder zu guten Ergebnissen kommen, das macht mir auch Mut. Und wofür braucht ihr Mut? Für vieles. Da dachte ich mir fast, lass hören. Ja, also ganz viel Mut braucht man für den Vertrieb, weil das ist oft ein langwieriger Prozess einfach, wenn man von Klinke zu Klinke geht und eine Quise macht, da braucht man viel Mut, weil das zehrt auch an Kräften durchaus, aber es macht auch Spaß und ja, das ist, ja, Alex hat vielleicht einen Punkt, wo er ganz am Anfang auf jeden Fall auch, also einmal die Idee, den Eltern guten Freunden quasi zu präsentieren, generell mal zu starten, also der Mut am Anfang ist sich ja nicht unwesentlich. so von der Idee ins wirkliche Umsetzen zu kommen, zu sagen, das ist jetzt nicht nur ein Hirngespinst oder irgend sowas, sondern machen wir das nicht wirklich, das kann ich mir vorstellen, ja. Dann brauchen wir Mut bei jeder Abfüllung, weil die Komponenten dadurch, dass sie natürlich sind, sind immer ein bisschen anders und dass man das immer gleich hinbringt und so, da brauchen wir auch Mut immer. Es ist zwar mathematische Rechnung, aber es ist trotzdem immer mit ein bisschen Zittern und Mut verbunden. Das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch das Schöne dran. Absolut, wenn dann die erste Flasche von der Abfüllmaschine runterläuft und man kostet und es passt, das ist super. Das ist halt eine Formel, die immer das gleiche Ergebnis liefert. Genau. Ja, diese Formel ist schwierig, weil die gibt es natürlich, diese Formel, aber dadurch, dass es einfach immer ein bisschen anders ist, weil der Vachui ist unterschiedlich reif, schmeckt unterschiedlich, es ist einfach ein Produkt, das lässt sich nicht auf Knopfdruck vervielfältigen und das, ja, aber das ist auch eine schöne Sache. Das ist aber wichtig für uns natürlich, weil es eben kein chemisches Produkt, kein industrielles Getränk ist, das ist eben auch der Vorteil, also das Positive für uns sozusagen. Ja, da sind wir auf jeden Fall stolz drauf. Das glaube ich. Caro, wofür brauchst du Mut? Ja, ich hätte auch gesagt, dass man überhaupt ein Getränk auf den Markt bringt, erfordert schon ziemlich viel Mut, denn der Getränkemarkt ist ziemlich voll, ziemlich viel Angebot da und sich da durchzusetzen kann sehr anstrengend sein und auch schwierig. War euch das eigentlich im Vorfeld bewusst, dass das ein schwieriger und schon recht gut bevölkert am Markt ist? Habt ihr so quasi Marktanalyse gemacht oder war euch das am Anfang eher egal, wo es geht, es wurscht, wir tun einmal und dann sehen wir schon? Ja, es war schon bewusst, aber es war schon viel dabei, ja, schauen wir mal, wie das sein wird. Also wir haben den ganzen Ding in einem Businessplan und so haben wir ehrlich gesagt mit 17, 18 Jahren damals, das haben wir nicht gemacht. So hat es Know-how ein. Da haben wir natürlich auch, also die Fehleranzahl ist jetzt schon deutlich zurückgegangen als am Anfang, war da schon sehr viel Probieren dabei, so zu sagen. Aber das war auch eine tolle Lerngruppe. Es gibt schon ganz coole Geschichten, was uns da basiert sind, also das, aber ja, das am Anfang. Okay, können wir dir vielleicht auch eine hören davon? Ja, also die erste Abfüllung, das war nur kleinere, sozusagen, die ist dann nicht am Markt gekommen. Das war ein ganz einfacher Fehler, da war ich sicher eher der Haupt, also Schuldiger, das ist mir fehlerbasiert bei der Mischung der Komponenten, sozusagen, also das war eine kleinere Erstabfüllung und die ist leider nicht so geworden, wie man es uns vorgestellt hat. Das war dann noch in Geschmacksrichtung interessant, oder? Genau, das war interessant. Also das Verhältnis hat nicht gepasst, sozusagen. Du, Paul, hast auch die Lernkurve, glaube ich, angesprochen, das akustisch gegangen. Mit jedem Fehler lernt man dazu und wird immer besser. Wir brauchen eine Fehlerkultur, das ist gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Fehler macht, weil dann macht man es danach nicht mehr im Idealfall. Habt ihr Fehlerkultur? Absolut, ja, also wir verbessern Fehler, die wir gemacht haben, logischerweise, weil sonst wäre die Abfüllung jetzt immer noch falsch, zum Beispiel. Das ist absolut notwendig, das machen. Aber auch im Strieb und überall machen wir das schon. Das ist schon wichtig. Alex, du wolltest was sagen. Ja, also das konstruktive Feedback nehmen wir natürlich immer zu Herzen. Mit dem beschäftigen wir uns schon. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir ein sehr junges Team sind und eben noch eher am Start sind, von unseren Visionen sind. Was macht eigentlich am meisten Freude an der ganzen Geschichte? Vielleicht auch bei jedem, jeder von euch anders? Der Kontakt zu den Menschen, würde ich sagen, und auch, wenn du siehst, dass Menschen Freude an deinem Produkt, an unserem Produkt haben und das genießen und dass deine Vision oder unsere Vision aufgeht. Oder auch, wenn man selber mit seinen Freunden beieinander sitzt und irgendwie dann das auch vielleicht manchmal mischt. Wir machen das mit Wildstück-Gin. Es gibt dann eine recht coole Mischung. Gin-Juze nennen wir das. Da kann man auch coole Abende haben. Da hat man halt dann Alkohol das Ganze. Ich glaube, da braucht man das Rezept dafür. Das gibt es unten in der Beschreibung. Ja, genau, genau, her damit. Ja, passt. Das macht einfach auch Freude, wenn man es selbst genießt mit Freunden und eben genau das, was unsere Idee dahinter ist, quasi selbst auch lebt. Das macht Freude. Okay, und Alex, was macht dir am meisten Freude? Ich würde vielleicht kurz ein Foto herzeigen, wenn es geht, kann ich da Ihnen ein bisschen freigeben. Ja, selbstverständlich. Das ist quasi bei der Schülese, das war eben im August mit einigen Freunden eben der erste Produktion, also einer der ersten Produktionsschritte, quasi die Traum Ernte, mit Freunden, mit Musik, dann an einer gemeinsamen Jause und so, das war schon ganz gut. Bitte, das schaut ja super nett aus, das ist ja die volle Party irgendwie. Das war eine Party, das war sehr entspannt. Wahnsinn. Es war dann schon sehr heiß, dann am Mittag oder so, da haben wir schon sehr heiße Temperaturen gehabt, damit ausreichend Getränken ist gegangen, aber es ist quasi nur das junge Team, also der Älteste war 23, es ist quasi schon ganz cool eben mit der jungen Generation was bewegen zu können. Und auch schön, dass dich deine ganzen Freunde da unterstützen. Ja, das glaube ich und mit so viel Begeisterung und so weiter. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ganze noch in Bewegung und mit Musik und so, super nett. Ja, das war's. Auf jeden Fall. Ja, super, danke fürs Teilen, das hat es jetzt irgendwie voll gebracht. Ja, ihr Lieben, dann bleibt mir nur euch weiterhin alles Gute zu wünschen und gutes Gelingen und ich glaube, dass die Gastronomie bald wieder aktiv werden kann. Vorausgesetzt, dass das möglich ist, wünschen wir uns natürlich alle sehr. Also mir geht das auch schon ab, so gemütlich im Beisel zu sitzen und im Sommer dann natürlich erst recht. Ich hatte ja wie gesagt auch schon Gelegenheit, euer Juice zu verkosten. Ihr habt mir eine Kostprobe geschickt und ich muss sagen, es ist wirklich erfrischend und köstlich. Schmeckt ganz, ganz toll. Also kann mir das auch sehr, sehr gut als wunderbares Sommergetränk vorstellen. Perfekt. Ja, also alles Liebe, alles Gute für euch. Vielen Dank, dass ihr bei Let the Future Talk zu Gast wart und über eure Erfahrungen erzählt habt. Ich glaube, die werden für viele Leute sehr inspirierend sein und sehr hilfreich. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für Tschüss. Danke. Ciao. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.